Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es hatte entschieden, dass 60 Mrd. Euro für den Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht in andere Töpfe fließen dürfen. Der Haushaltsausschuss hört heute Sachverständige zur Frage an, ob der Etat für 2024 trotz des Urteils beschlossen werden kann. Die Bundesregierung sucht nach dem Urteil nach Lösungen, um das Milliardenloch im Haushalt zu stopfen. Wirtschaftsminister Habeck sagte in den ARD-Tagesthemen, die momentan diskutierten Vorschläge reichten nicht aus. Beispielsweise Kürzungen von Sozialleistungen. Der grünen Politiker stellte die Schuldenbremse in Frage. Er betonte aber zugleich, die Debatte darüber helfe zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter. Ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich die Art, wie die deutsche Schuldenbremse konstruiert ist, für zu wenig intelligent halte. Sie ist sehr statisch und sie unterscheidet nicht zwischen Geldern, die wir so ausgeben im Laufe des Jahres und Investitionen in die Zukunft, die sich erst nach 10, 20, vielleicht 50 Jahren rechnen. Das scheint mir wenig klug zu sein und sie wurde auch gebaut in einer anderen Zeit, als wir immer billiges Gas aus Russland hatten, als China immer unsere Werkbank war oder unser Abnahmemarkt, als die Amerikaner immer verlässliche, treue Freunde waren und uns die militärische Last abgenommen haben, weil es keinen Krieg in Europa gab. Vielen Dank.